So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play War of the Rosses, ähm... Schlusssicht zu Haus. Ich denke, ich nehme mal wieder den Bogen, was ähm... Weil... und so, und dann kennst du... Ist die beste Begründung ever, weil... Weil Baum... Der Widerspruch ist nicht geklaut, den hab ich selber ausgedacht, und so. Ich war auch Mario-Bart-like und hab mir erstmal den Witz partitieren lassen, hahaha... Ja. Mach mal, schrei mal du. Ach, warum rede ich jetzt so weit weg? Ich bin doch Verteidiger, ey, die Fresse. Dann lass uns hier mal verteidigen, und guck mal, das ist ein Müllgesicht. War das noch Müllgesicht? Der in der Welt von Hitler hätte das getroffen. Aber natürlich nicht in seiner Welt, in seiner Welt ist alles Iolo. In seiner Welt wurde seine Jolo-Familie gestern geschwängert. Von 10 Jolo-Orianern. Genau. Genau. Lass mich schreiben, du Hohen, sonst wie. F... Oh Gott... Halt sie mal, du Jude, sonst kommst du gleich in die Gaskammer. Sonst überlege ich mir das gar nicht, dass du... Falsch. Falsch. Also wieso, egal was ich mache. Haha, Müllgesicht. Ja, mindestens, 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 mindestens... Mindestens mit drei Juhnen im Kopf, nein. Fünfzig, pardon. Alter, das war doch voller Kampfstatus-Wichser. Falsche Taste. Falsch. 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 Bildspiele, die keiner braucht. Worauf du warst. Aber ich will die scheiß Karten. Wobei ich hab noch nicht mal geguckt, ob ich überhaupt irgendeine bekommen hab. Oh mein Gott. Durchsatz die mich beschissen. Beschissen. Ach, wer ist denn da schon wieder? Wir hätten da seine Portion Jolo noch nicht abgehogelt. Easy was. Mann, jemand mal die falschen zu markieren kriegt. Friss. Boah, das geht aber euch kaputt. Nee, so haben wir nicht gewettet. Guck mal, du wurdest markiert. Und jetzt? I see what you did here. Ja. Ja, jetzt grep hier, du blöde. Kackgebur, jetzt geht doch. Weißt du, du stinkst, verreg. Friss Dolch. Fein gefressen. Noch tot. Zum Glück sind noch keine Punktschütze auf die gekommen, aufs Tocht zu gehen. Ach Leute, wir können ja nicht mehr tot machen. Na gut, dann belebe ich ihn halt wieder. Oder auch nicht. Ja, fast nicht getroffen. Hatte ich nicht mal ein Schild, auch nicht mal ein anderer Charakter. Das sieht besser aus. So, jetzt bin ich ja so zufrieden. Ja, fast im richtigen. Stolz. Was? Klettern wir mal hoch. Hier ist doch nicht noch niemand. Was wollt ihr denn alle? Entschuldigung. Entschuldigung nicht. Ist mir immer leid. Da wurde ich von irgendwas getroffen. Und auch bin ich unschlüssig von das. Höchstwahrscheinlich in einem Pfeil. Oder in einem Bolzen. Wollte ich jetzt mal davon ausgehen. Kann mich aber auch irren. Jetzt wurde ich von einem Stück Klopapier getroffen. Ja, stirb. Ich hasse dich. Witzige Zeugling. Oh mein Gott, du Spannsgesicht. Oh, wir haben schon wieder gewonnen. Seine Schande. Los, Michele soll noch sterben. Oh ja, fast. Yeah, Schlacht gewonnen. Du bist mit der längste Part ever. Ach komm, wir machen noch eine Schlacht. Ja, only you vape once. Und so. Ach, das wird viel länger dauern hier. Das kenn ich ja. Ja, und dann haben wir wieder die ganze Map-Palette durch. Oh, ich. Schön. Danach guck ich erstmal, ob es mir überhaupt noch welche Karten beigebracht hat. Äh, beigebracht, eingebracht hat. Guck mal, ist das nicht toll. Nein, das ist nicht du Arschloch. Was ist denn hier los? Ach nichts. Oh, da war es der AD. Was, 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 also. Ich würd gern das hier machen, aber... Boah, das liegt da unendlich. Ne, ich will da nichts dran umstellen. Weil ich hab keine Ahnung, was ich ausgewählt hab. Ähm, ja. Schlau und so. Ich bin... Aber auf jeden Fall will ich dann hier diesen Eibenholzbogen haben. Ja, also. Kennste. Ach so, Team Ausweg kümmere ich mal. York will ich. York. York. Lehermann. Ähm. Einfach weil ich's kann, bitch. Lass mich spawnen. Vielen Dank. Für die... Blumen. Vielen Dank. Wie blöd von dir. Hier. Ja, fast. Ganz knapp. Ganz knapp. Zwei Kilometer ungefähr. Ja. Mhm, 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 mhm. Getroffen. Oh, ich glaub, er hat mich auch getroffen. Ah, ich glaub, er wurde auch getroffen. Ich hab's kein Problem. Ach, Mann. Ach der ist sowieso hinüber, von daher. Kann ich mich meiner Heilung widmen? Ach, der Typ der hinter Schmilder. Ja, der ist auch wohl auch gestorben. Satbutru. Pff, wie das aussieht. Na gut. ja ich bin hier der camper da liegt sein müheköpfchen also wenn wir raufschießen würde schon was bringen ich will ja gar kein camper sein aber ihr zwingt mich auch dazu hallo ist ja gar keiner ja fast getroffen ich habe wieder so eine so eine kann man gelten lassen kann man auch nicht gelten lassen entscheidung ja auch fragwürdig so dann zetten wir noch einmal wixen noch einmal ja Archers Archers für mich und dann noch für den typ da unten da war doch eben ein Bogenschutz da war doch ein Bogenschutz wo ist er denn hin ich weiß es nicht wo kann er nur sein wo sind unsere Gegner hin sollte ich das wagen auch runter zu kommen ich traue mich einfach mal kann man genau in dieser sekunde kommt das mir Gesicht zu haben scheiße du verheilige ja komm dann kann ich dich markieren ach du wichser du elende kackstelze ja ja Heilung ist cool genau du weißt natürlich wo ich bin Baumarkierballon das war einer von uns wow das war überraschend haha Überraschungszweck ey was ist denn das wieder für ein Drecksspiel ja back doch noch mehr rum genau ups du jude kauft die internet 42 trotzdem 10.000 mal in die Fresse geschlagen ne ich lef weiter ja leck bitte einfach und was wenn ich keine Lust dazu hab würd sie mich dann verhaften wegen anti-jüdisch sein no water viele survivor no swag survivors ja schlag mich nochmal mal fall dich auf die Fresse umhoch du bist drüten kompiter bist du geh nicht mehr bitte kämpf halt alleine was gehen mit den Texturen ab ich meine schmack dieses Drecksspiel nicht mehr ab oh du hast fast getroffen ja genau du Fotze fängt schon wieder an ne Drecksspiel ach ein jude mit einer untermenschensprache ja nö kein was ja emberspawne heil hitler ach guck mal ja leck einfach da flog ihm wohl die Muschi ab bitte aber auch nicht was geht denn hier ab guck mal da hat jemand Zweck beingenommen hui stört bitte nicht schade wenn ich der sauggestörbte Typ immer tschüss ich glaub ich hätte dich nicht gesehen ich lebe nicht dumm mit der Fresse ja ne ist klar auch hast du deine Mutter mitgebracht ja nö lass mal alle vorbeirenne ist voll cool und so oh ist das ein behindertes Team nein kämpftöte irgendwelche Leute die am spawnen sind das ist schon cool nee wenn ich wieder die Hand durchspusse hab ich da gar nicht richtig gesehen hey hh verstehe ich nicht ja schießt mir den Arsch weil du rausstehst so hätte deine Mutter wahrscheinlich auch einen Einlauf immer verpasst ich verbander sie mich einfach oh Juli Ach, guck mal, was kommt denn da hoch? Kommt ein Jude, geflogen. Wenn man diese hessliche Spring-Animation nicht abwehren kann, ist echt toll. Ja, schlachte mal auf ihn ein. Oh, guck mal, ich hab ein zwei Kilometer langes Schwert. Das ist eine Ehrensache, dass ich ihn umbringen kann. Tschüss, mach's gut. Auf den Weg. Ach, da kommt der Nächste. Komm her, ich halte dich. Haha. Hey, wo kommst du denn her, ey? Hattete deine Mutter dich wieder vergessen mitzunehmen? Der Jude möchte aus dem Gas-Paradies abgeholt werden. Danke. Geil und wieder verlieren wir. Echt geiles Team. Behinderte und missgeboten, Alter. Ja, defend alte 4, weil alte 4 ist die einzige Lösung für dieses Spiel. Das ist die nächste Woche. Und das ist die nächste Woche. Vielen Dank.